vor fünf tagen das haben wir glaube wir sehen zwei minuten nur haben sie messen wollen wir wollen rufen hello welcome to our channel padariders if you want to see your clip in our video please send your video to the email below thank you zur vorgeschichte wir standen in einer einfahrt wo noch genug platz war dass der nette herr reinfahren konnte stattdessen hupte er uns an und stieg aus ps meine gopro war so gut wie leer deswegen die katze hat der fräulein gesagt weil er die langen haare gesehen hat online ja dann macht doch dann haben wir zurück wir sind zum vorderhalter okay dann macht doch macht doch wir stehen jetzt einfach weiter setz das auto rein sonst rufen polizei sonst rufen polizei da ist alles gut ja komm weiter sieh zu dass das land gewinnt wie oft er jetzt schon ins auto ein und ausgestiegen ist und dann machen wir ein paar fotos mein gott alter die sind nicht ohne grund hier sind wir auch gefahren oder haben sie messen haben sie messen haben sie messen okay auch wenn ich was unterstellen hier wo ist denn ein lasergerät woher willst du wissen dass wir schneller als 50 waren kann man auch ein bisschen ordentlich sagen kann man auch ein bisschen ordentlich sagen gott alter such dir mal ein hobby ja da ich dachte berlin war sieht ein bisschen aus nach dem harz tunnel kommt jemand da aus dem aus dem harz und kann mir sagen ob es der tunnel da ist oder ist das ein anderer abholen die talsperre genau ist das der was b w 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